Euer Bell of 23 hier, heute wieder mit einer Stimme. War ja krank die letzte Zeit und hatte kaum noch Stimme. Jetzt ist meine Stimme wieder da und ich bin mit einem Let's Show da. Der YouTuber Kreativ mit Klaus Sternchen und meine Wenigkeit haben zusammen die Kneipe Black 23 Zaunematze Edition gebaut und das ist das Let's Show. So, es ist eine Whisky-Bourbon-Flasche, in der eine Whisky-Kneipe ist. Wir haben die aus schwarzer Wolle gebaut, roter Wolle, weißer Wolle. Haben hinten 53% Alkoholgehalt drauf geschrieben, also ein richtiger, echter Whisky und haben den angebracht gegenüber dem Casino. Jetzt gehen wir mal rein. Wir haben uns für das Interieur sehr viel Mühe gegeben. Wir haben einen 3D-Bogen erzeugt, einen Boden erzeugt und haben die Kneipe da reingehauen und ich finde das sieht ziemlich cool aus und deswegen das Let's Show. Das ist die Decke. Das sind so Farben, die ein Whisky haben kann. Die tropfen so runter von der Decke. Das soll so 3D-Effekt sein. Nicht genug haben wir auch den Boden selber auch hier mit Licht und diesem gleichen Stein gebaut. Dann haben wir hier 3 Regale. Dann haben wir hier ein paar Whisky-Fässer. Hier stehen schon ein paar Gläser. Hier sind auch nochmal 2 Whisky-Fässer. Das sind die Barhocker. Und dann sind hier die verschiedenen Sitzgelegenheiten. Black 23, Saulo Maxen Edition, Whisky, Flasche, Kneipe, Mein Let's Show. Und wir hören uns regulär dann Sonntag wieder mit einem neuen Video aus dieser Gegend. Ja, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und jetzt wisst ihr, warum es so lange von mir nichts ohne Ton gab. Ich hatte echt gar keine Stimme mehr. Man hört das vielleicht jetzt auch ein bisschen. So, liebe Leute. Black 23, Saulo Maxen Edition. Die Kneipe in der Flasche. Haut rein. Euer Black 23. Ciao.